Leute, wenn ihr mich heute mal auf dem Golfplatz begleiten wollt, deutschen Meisterschaften, deutschen Mannschaftsmeisterschaften AK 18 Jungen im Katharinenhof, ein kleines kurzes Video, eher zu Ehren meiner Golfjungs, dann schaut euch das Video bzw. den Vlog an. Bang! Hallo Leute, hallo YouTube! Ja, wo bin ich hier? Ich setz mich mal. Wir haben, warte, wie Uhr haben wir jetzt? Viertel nach sechs am Morgen und ich sitze hier an der Saar in Saarbrücken. Was macht ihr in Saarbrücken? Ja, ich bin dieses Wochenende mit meinen AK 18 Jungs vom Golfclub, die haben deutsche Mannschaftsmeisterschaften unterwegs im Saarland, Qualifikationsturnier, also Finalturnier von Rheinland-Pfalz in Hessen und ihr kennt das ja, ich mache da immer gern ein Video und die Jungs haben auch gesagt, Frank mach doch bitte ein Video, weil nächstes Jahr bin ich nicht da, da bin ich ja wahrscheinlich in New York, so wie es aussieht und es könnte so das letzte Mal sein, dass ich mit den Jungs unterwegs bin und da habe ich gesagt, komm, stell mal den Wecker eine halbe Stunde früher, bevor die Jungs aufstehen und frühstücken und geh mal runter an die Saar. Wir sind hier im Holiday Inn in Saarbrücken untergebracht und müssen nachher noch zum Katharinenhof. Der erste schlägt um halb zehn ab und dann geht es über den ganzen Tag. Ich werde da euch mitnehmen und ein kleines Video machen, wie gehabt. Letztes Jahr ist ja wegen Corona ausgefallen und davor das Jahr waren wir in Dillenburg und im Nahertal, da habe ich ein Video gemacht und davor waren wir ja, dass es damals noch AK-16 war, in der Jugendherberge in Waldeck am Ederstausee. Das war auch eine schöne Tour. Und hier ist es doch morgens auch ganz nett hier an der Saar. Ein bisschen laut ist es, weil da hinten die Autobahnbrücke vorbeigeht. Aber ich denke mal, ich mache jetzt noch kleine Timelapse und ein paar kleine Impressionen und dann sehen wir uns vielleicht beim Frühstück oder wahrscheinlich eher schon direkt im Golfclub. Da sind heute keine... Ah, da melde ich mich einfach nochmal neu und dann erkläre ich euch mal das Spielprinzip und mache ein paar schöne... Ja, über den Tag ein paar schöne Aufnahmen und schneide ein schönes Video zusammen. Dann hat man auch eine schöne Erinnerung und die Jungs auch. Und ihr habt einen schönen Vlog gehabt. Ob ich Drohne fliegen werde, ist sehr unwahrscheinlich. Vielleicht mal so am Rande irgendwo. Fahre ich mal kurz raus und lasse mal und zeige euch mal die schöne Landschaft. Da ist doch sehr schön da, Mandelbachtal oder wie sich das nennt. So, jetzt gehen wir erstmal hier noch ein bisschen an der Saar spazieren. Ich mache eine Timelapse bzw. weiß gar nicht, ob eine Timelapse hier jetzt schwer was bringt. Die Wolken ziehen auch nicht echt. Ich gucke mal, was ich mache. Da vorne ist auch irgendwie so ein kleiner Park. Da gibt es vielleicht was. Vielleicht machen wir ein oder andere Bild hier. Also wie gesagt, begleidet uns über den Tag und habt Spaß. Ich gehe ab, was ich mache! Ich gehe ab, was ich mache. Bis zum nächsten Mal. 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 So Leute, ein kleiner Zeitsprung. Alle Leute sind auf dem Platz, alle Spieler und mittlerweile ist auch schon der erste Spieler wieder drin, beziehungsweise zwei Spieler. Einmal eine tolle 79 und einmal haben wir ein so mittelmäßiges Ergebnis, aber auch jetzt nicht so schlecht. Und jetzt gucken wir mal, wo der dritte Spieler ist, der jetzt auch bald reinkommt. Und ich mache euch noch ein paar schöne Aufnahmen vom Platz. Bis zum nächsten Mal. 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 jetzt gleich noch ein paar schöne Cinematics und noch ein paar Schlussaufnahmen und dann würde ich sagen, wenn euch das gefallen hat, so ein kleiner Einblick ins Jugendgolf, dann lasst ein Abo da. Übrigens, Jugendgolf ist extrem günstig, das kostet nicht richtig viel Geld. Nur mal so ein Beispiel, bei uns im Golfclub Rhein-Wied ist das, Moment, lass mich lügen, von 7 bis 14 Jahren kostet das 100 Euro im Jahr. Das ist weniger wie ein Zehner im Monat und dann haben die Training, dann spielen die Turniere, können die bei solchen Meisterschaften mitmachen und am Ende des Tages ist das eine richtig, richtig, richtig coole Sache und wenn ihr irgendwo einen Golfclub in der Nähe habt oder wenn ihr bei uns in der Nähe seid, dann probiert es doch einfach mal aus für die Kids. Das kann man übrigens prima als Zweitsport machen. Also, das würde ich sagen, reingehauen, macht's gut, haut rein und bis zum nächsten. happy Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020